Herzlich willkommen, Barbara Wild. Kinder lachen, glucksen, kichern, circa 400 Mal pro Tag. Erwachsene nicht einmal mehr als 20 Mal im Durchschnitt. Warum? Na ja, Kinder lernen ganz generell, ihre Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Und sie schreien ja auch nicht mehr so viel, wenn sie älter werden. Ich denke schon, dass es auch für Erwachsene manchmal Situationen gibt, wo man lachen kann. Aber man ist als Erwachsener ja gehalten, erst mal vernünftig zu reagieren, nicht so viel von sich preiszugeben gleich. Interessant ist ja zu sagen, vernünftig wäre es doch eigentlich zu lachen. Manchmal ja, manchmal nein. Es gibt viele Situationen, wo das Lachen auch nicht so angemessen ist. Aber anscheinend vergeht auch im Alter bei den Menschen eher das Lachen. Oder ist es nur eine, wie Sie sagen, Sozialkomponente, warum ich als Erwachsener weniger lache? Gibt es weniger zu lachen, wenn man erwachsen ist? Ach, ich denke, Kinder spielen auch viel. Und Spiel hat oft was Lustiges. Und dann lacht man, Erwachsene arbeiten viel. Dabei gibt es nicht so viel zu lachen. Babys lernen nach Untersuchungen mit fünf bis acht Wochen schon zu lächeln. Mit vier bis fünf Monaten können sie richtig lachen. Ist Lachen evolutionär am Menschen angelegt? Ja, glaube ich schon. Es gibt ja auch Biologen, die so etwas Ähnliches wie Lachen bei Menschenaffen beschreiben. Und es gibt sogar die Behauptung, dass Ratten so etwas, so eine Art motorischen Akt haben, der wie das Lachen ist, der in Spielsituationen auftritt. Der auftritt, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie gekrault werden. Und wenn man den so transformiert, dass man, das ist ein Ultrasoundgeräusch, aber wenn man das so transformiert, dass wir Menschen das hören können, dann hört sich das tatsächlich auch an wie Lachen. Also auch das, was die Ratten machen. Ist nicht lachen können lebensgefährlich? Interessant, dass Sie diese Frage zum Lachen gebracht hat. Ja, es ist eine kluge Frage. Ich finde, ich bin ja Medizinerin von meiner Grundausbildung her und lebensgefährlich sind aus medizinischer Sicht natürlich andere Dinge mehr wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Und ich bin aber eben auch Psychologin, Psychotherapeutin und Psychiaterin und denke da, wenn man wirklich sich nicht mehr erheitern kann, dann, wo bleibt denn dann da das Leben? Also wenn man das Lachen als Ausdruck der Erheiterung nimmt. Aber ich kenne Menschen, die nicht lachen können. Ist das ein Defekt? Die gar nicht, die noch nie gelacht haben, sind Sie sicher? Oder lange Jahre nicht mehr lachen? Ist das für Sie so überraschend, dass es Menschen gibt, denen das Lachen vergangen ist, wie die Metapher auch heißt? Die lachen nicht mehr. Ich nehme das dann als Ausdruck von Depression oder großer Angst oder großer Traurigkeit. Der Dichter Jean Pouls sagt in diesem Zusammenhang, nämlich Humor ist überwundenes Leiden an der Welt. Hat er recht? Ich sehe Humor etwas anders, aber ich finde es eine sehr schöne poetische Beschreibung. Wie sehen Sie es? Also für mich ist Humor eine Eigenschaft, die schon relativ fest gefügt ist, aber nicht ganz so fest wie eine Charaktereigenschaft. Und zwar die Eigenschaft, dass man auch bei widrigen Lebensumständen, Leiden eben sich auch so etwas wie eine Gelassenheit oder gar Heiterkeit bewahren kann. Und als Drittes, dass man das auch anderen Menschen mitteilen kann, dass man andere Menschen auch damit anstecken kann. Also das geht eben über das hinaus, was Jean Pouls gesagt hat. Es ist nicht nur was, was ich jetzt mit mir ganz alleine ausmache, sondern eigentlich macht es sich sehr bemerkbar im Kontakt mit anderen Menschen. Kann ein humorloser Mensch glücklich sein? Wieder so eine Frage. Das tut mir leid. Ja, wir wollen ja hier nachdenken. Ja, dazu müsste man ganz genau wissen, was Glück eigentlich ist. Ich glaube, dass Humor zumindest sehr hilft, auch glücklich zu sein oder zumindest zufrieden zu sein, eben auch mit widrigen Lebensumständen, auch wenn man was Schwieriges erlebt hat. Ich glaube, dass Humor da auch eine Möglichkeit bietet, eben mit Schwierigkeiten so umzugehen, dass man hinterher sich noch intakt fühlt als Mensch. Es gibt ja diesen sogenannten Galgenhumor. Hat er damit zu tun? Was passiert denn, wenn man so diesen Galgenhumor anwendet? Was ist der Mechanismus? Ja, das ist gerade, wenn etwas Negatives passiert ist und man dem dann doch zumindest noch was Witziges abgewinnen kann. Hat es was Entlastendes? Ja, denke ich schon. Hat Humor insgesamt etwas Entlastendes? Ich glaube, dass sich Humor entwickelt hat, wahrscheinlich mit der Sprache. Deshalb, weil Sprache ja auch immer wieder zu Missverständnissen führen kann. Und Humor hilft, mit Missverständnissen umzugehen. Und dann eben auch, das nicht ganz persönlich zu nehmen, sich nicht verletzt und angegriffen zu fühlen, sondern eben zu sehen, ah ja, okay, war anders gemeint. Es gibt noch so eine Metapher, Sinn für Humor. Menschen haben Sinn für Humor. Was ist damit eigentlich gemeint? Dass man sich darauf einlässt, oder? Dass man diese Art und Weise der Verarbeitung von Erlebnissen zulässt, akzeptiert, gut findet. Ist Humor eigentlich eine Charaktereigenschaft? Ich denke, es ist ein bisschen beweglicher als eine Charaktereigenschaft. Es ist schon was, was dann auch durch das, was wir erleben, beeinflusst wird. In einer Depression kann es verschüttet werden. Im Stress fällt es einem schwerer, eben diesen Richtungswechsel in der Blickrichtung zu machen. Und insofern ist es nicht ganz so festgefügt wie eine Charaktereigenschaft, aber schon eben auch nicht was, was man jetzt einfach mal so erlernen kann, wie das Autofahren. Der Schriftsteller Oscar Wilde sagt, die Menschen nehmen sich selbst zu ernst. Das ist die Erbsünde der Welt. Hätte der Höhlenmensch zu lachen verstanden, wäre die Weltgeschichte anders verlaufen. Ist da was dran? Ja, ich denke, dass Humor einem die Möglichkeit eben gibt, Dinge aus unterschiedlicher Perspektive zu betrachten. Jean-Paul sagt auch, Freiheit gibt Witz und Witz gibt Freiheit. Also mit Humor hat man die Freiheit, Sachen eben persönlich zu nehmen oder nicht persönlich zu nehmen. Als Aggression aufzufassen oder als Blödsinn aufzufassen. Und ich finde, dass das dann... Heißt das, dass jemand, der witzlos etwas sagt, was kränken würde oder wie Sie sagen, auch ausgrenzen könnte, im Witz nicht die Wucht bekommt, aber sie ist im Inhalt ganz ähnlich? Ja, also mit Witzen kann durchaus Aggression ausgedrückt werden. Ja, auf eine zivilisierte Art und Weise, aber natürlich. Das ist interessant. Also was heißt auf eine zivilisierte Art und Weise? Warum wird etwas zivilisierter, was im Kern, in der Aussage nicht so besonders zivilisiert ist, nur weil es witzig gemacht wird? Na, für mich ist zivilisiert, dass es dabei nicht zu körperlichen Verletzungen kommt. Und dass derjenige, der vielleicht durch den Witz psychisch verletzt, gekränkt wird, ja, sich auch wehren kann. Und da ist mehr Mobilität da drin. Ja, wenn ich jetzt eine Pistole nehme und meine Widersacher anschieße, dann ist das schon sehr viel... Das ist auch nicht humorvoll. Der Lachforscher Richard Wiesemann hat herausgefunden, Franzosen, Belgier, Dänen mögen surreale Witze. Iren und Australier finden Wortspiele besonders lustig. Wie kulturspezifisch ist Humor? Also das, worüber man lacht, das ist sehr kulturspezifisch. Und deshalb ist es ja auch schwer, Witze aus anderen Kulturkreisen richtig zu verstehen, weil man den ganzen Zusammenhang nicht versteht. Ich glaube, dass das Muster, dass da eben diese Freiheit, dieser Wechsel der Betrachtungsweise drinsteckt, dass das nicht kulturspezifisch ist. Sind Witze deswegen auch missverständlich, wenn sie von anderen Kulturen wahrgenommen werden? Aber auch zwischen uns beiden ist der Absenderhorizont und der Empfängerhorizont entscheidend dafür, ob ein Witz zündet oder nicht? Ganz klar, ja. Das, worüber ich nachdenke, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Witz dann am witzigsten ist, wenn er in einer sozusagen mittleren emotionalen Distanz von mir stattfindet. Also wenn ein Witz gemacht wird über etwas, was mir ganz nahe ist, ein Witz über das Sterben, wenn ich gerade einen Trauerfall erlebt habe, dann ist das nicht witzig. Und wenn es ein Witz ist über etwas, was ganz weit weg ist, was mich eigentlich überhaupt nicht kümmert, dann finde ich es auch nicht mehr witzig. Gibt es irgendetwas, weil Sie das gerade mit diesem kulturspezifisch bejaht haben, gibt es irgendeinen Witz oder eine Witzstruktur, über die alle Menschen lachen können? Also bei Kindern, die lachen ja erst mal vor allen Dingen dann, wenn Dinge schief gehen, wenn irgendwas runterfällt, wenn was platzt, so das, was manche Clowns im Zirkus auch veranstalten. Und ich glaube, dass sowas, also auch so eine gewisse Schadenfreude, das ist international. Und dann aber spezifischere Dinge wie Wortspiele oder auch sexuelle Witze, die sind dann sehr viel kulturspezifischer. Goethe sagt, durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter, als durch das, was sie lächerlich finden. Ist da was dran? Ja, finde ich schon, ja. Denn das ist dann ja auch eine Abgrenzung. Aber was lächerlich finden, ist nicht unbedingt Humor haben, oder? Wo ist der Unterschied? Na, lächerlich ist eigentlich ein Schimpfwort. Es ist eine Entwertung, wenn ich sage, das ist lächerlich. Also ich positioniere mich, deshalb denke ich, dass Goethe da schon recht gehabt hat. Aber dieses Lächerlichmachen haben Sie ja selbst erwähnt, zum Beispiel diese Witze, wenn Menschen stolpern. Also das kenne ich in vielen Ländern, wo immer ich bin. Jemand stolpert so filmmäßig, slapstickmäßig, der ganze Kinosaal johlt. Das ist ja, jemand macht sich jetzt gerade lächerlich. Er hat einen Fehler begangen und alle lachen. Warum? Also da hat sich schon Aristoteles Gedanken drüber gemacht und gesagt, derjenige, der dann lacht, fühlt sich ein bisschen erhöht. Er fühlt sich überlegen. Er fühlt sich erhöht durch das, was da passiert ist. Wie Schadenfreude ist im Witz? Ja, in manchen Witzen ist viel Schadenfreude, in manchen noch nicht so. Braucht die Schadenfreude den Witz, um kulturell anerkannt zu sein? Nee, 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 nee. Schadenfreude passiert ja oft ganz ohne, dass jetzt ein Witz erzählt worden ist. Ein Witz ist ja sowas wie eine ganz kleine Geschichte mit einem verblüffenden Ende. Schadenfreude passiert eben auch, wenn jetzt hier die Kamera umfallen würde, würden wir womöglich kurz lachen. Also ich würde wahrscheinlich wenig lachen darüber, aber da ist der Unterschied dieses eben, glaube ich schon, dieses Empfängerhorizonts. Für mich wäre die Situation das Gegenteil von Lachen. Sie lachen dabei, während Sie das aber erzählen. Ich verstehe die vorweggenommene Schadenfreude, also auch eine Schadenfreude. Goethe sagt, der Witz setzt immer ein Publikum voraus. Für sich alleine ist man nicht witzig. Stimmt das? Also deshalb denke ich, zum Humor gehört diese soziale Komponente dazu. Da braucht es auch andere Menschen, die da eben Empfänger sind oder Spiegel dafür sind. Und es gibt schon Witze, die kann man sich, glaube ich, auch selber erzählen. Und wenn man dann nochmal dran denkt oder an die Situation dran denkt, dann lächelt man auch. Ich lese gerade in einem Krimi, in dem was Witziges vorkommt. Da kann es schon passieren, dass ich auch beim Lesen einfach lache. Aber dann war ja da der Autor und jetzt bin ich der Empfänger. Wobei, ich kenne Menschen, die schauen fern und dann sind witzige Situationen, die sind ganz alleine und lachen sich krumm darüber. Also da brauchen die gar kein Publikum, sondern sie genügen sich selbst. Und diese Menschen berichten mir wirklich von Glücksmomenten, gerade weil sie alleine in der Lage sind zu lachen. Ja, aber das ist ja dann schon, dass da auch eine ursprüngliche zweite Person als Sender da gewesen ist, die dann zum Beispiel die Fernsehsendung gemacht hat. Was macht einen Witz wirklich witzig? Gibt es da ein Rezept? Gibt es da ein Prinzip oder nicht? Es gibt so ein paar Prinzipien, wie zum Beispiel ganz viele Witze auch in vielen Kulturen arbeiten mit dem Dreier. Dass dreimal hintereinander was passiert und beim dritten kommt dann die Pornte. Aber es gab zum Beispiel den Versuch, den witzigsten Witz der Welt zu finden. Das haben englische Kollegen im Internet propagiert und dann gab es da ganz viele Witze, die erst eingesendet werden konnten und dann bewertet werden konnten. Und da gab es nicht wirklich einen klaren Gewinner, sondern es war mehr so, dass unterschiedliche Nationen dann auch unterschiedliche Witze am witzigsten gefunden haben. Schopenhauer sagt, Witz ist die Diskrepanz zwischen dem Gedachten und dem Angeschauten. Können Sie diesen Gedanken übersetzen? Ja, so funktionieren viele Pointen, dass man da erstmal quasi auf eine falsche Fährte geleitet wird und dann kommt ein überraschendes Ende. Und damit es dann ein Witz ist und nicht einfach zum Beispiel die Auflösung eines Rätsels, muss dabei auch noch irgendwo etwas Erheiterndes, etwas Guttuendes sein, vielleicht auch in dem vorher eben so ein bisschen negative Anspannung aufgebaut wird, die dann verschwindet, weg ist. Und diese Erleichterung kann dann ja auch zum... Also Angst, Spannung kann und ist auch ein Instrument, um es dann im Witz aufzulösen? Ja, ja, denke ich schon, ja. Lässt sich über Humor streiten? Ja, ja, ja. Also es gibt böse Zungen, die sagen, es gibt so viele Humordefinitionen, wie es Humorforscher gibt und es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen. Zum Beispiel ist es im deutschen Sprachraum ja so, dass Humor mehr eben als eine Eigenschaft betrachtet wird. Im englischen Sprachraum ist Humor durchaus auch das Witzige. Also da gibt es Humor-Pages in den Zeitschriften und das sind dann die Witzseiten. Lässt sich über den Humor an sich streiten? Also über das, was ich Humor nenne, können wir da überhaupt verhandeln? Mein Humor und Ihr Humor? Ist das etwas, was eine Diskussion ermöglicht, wenn Sie sagen, ich kann deinen Humor nicht verstehen? Ja, also ganz oft ist es ja so, dass es hängt davon ab, was ich wichtig finde, was ich in Ordnung finde. Nehmen wir rassistische Witze. Da gibt es Leute, die mögen die und es gibt viele Menschen hoffentlich, die die nicht mögen und da kann man sich sicher auch gut drüber streiten, wie weit man dann gehen darf. Das hängt dann auch oft von der Situation ab. Witze, die an einem feuchtfröhlichen Abend gut ankommen, sind am nächsten Morgen im Büro nicht mehr wirklich adäquat. Aber darüber sollten wir jetzt mal einen Augenblick noch mal dann doch uns vertiefen. Was bedeutet das? Also feuchtfröhlich heißt, die Leute sind angetrunken. Jedenfalls ist das Setting ein anderes als bei klarem Licht gesehen. Aber das Gesagte ist entweder witzig oder nicht witzig. Es ist entweder peinlich oder nicht peinlich. Es entspricht entweder dem Umgang mit der Menschenwürde oder es verletzt die Menschenwürde. Es kommt ja auch darauf an, wem man den Witz erzählt. Also nehmen wir Blondinenwitze. Ja. Blondinenwitze, wenn Sie einen Blondinenwitz erzählen, am besten noch einer Blondine, dann kommt das wahrscheinlich nicht so gut an. Ich habe eine sehr geschätzte Kollegin, Irina Falkenberg, die ist blond. Und wenn die Blondinenwitze erzählt, dann hat das eine ganz andere Heimat. Dann ist das vielleicht selbstironisch. Und dann geht das. Für wen hat das eine andere Heimat? Für Sie selbst oder für den Witz im Zweifelsfall? Also ich denke, dann kann der Witz Ausdruck von Selbstironie sein. Kann Ausdruck von, na ja, letztendlich auch Zeichen dafür, ich stehe da drüber. Aber ich kann damit umgehen. Also ich kann damit nicht umgehen, dass man zum Beispiel Judenwitze macht. Nie. Auch wenn ich selbst mir vorstelle, ich würde einen Judenwitz machen und man würde dann mit mir über den Witz, den ich über mich selbst gemacht habe, lachen, wäre das für mich weder ein Beweis von Souveränität, noch von, wie Sie sagen, also drüberstehen, drunterstehen. Ich finde den immer peinlich. Ich finde auch den Blondinenwitz, wenn mir eine Blondine das erzählen würde, peinlich. Was ich versuche noch mal einzugrenzen mit Ihnen, ist, ob der Witz, der Humor als Verpackung den Inhalt tatsächlich verändern kann. Weil in der Satire ist das sogar die Voraussetzung, also das Überhöhen eines Klischees, eines Vorurteils im Witz, in der Satire, ist das, wovon die Satire lebt. Und darüber diskutieren wir ja beispielsweise bei den Karikaturen von Charlie Hebdo. Oder ist das ein, wie löst sich das auf, was ich gerade beschreibe? Also, ich finde, dass es sich dadurch, also erstmal muss man in meinen Augen noch mal Witz und Humor auseinanderhalten. Das Erzählen von Witzen kann Ausdruck von Humor sein, muss aber nicht. Und man muss dann auch noch mal auseinanderhalten, dass etwas ein Witz sein kann oder von mir aus auch Satire sein kann, einerseits. Und die Reaktion dessen, der das wahrnimmt, andererseits. Und die Reaktion kann Erheiterung sein, kann aber auch Ärger sein. Und ich finde, dadurch, indem man das voneinander trennt, kann man das erklären. Also Satire arbeitet mit dem Spiel, mit Vorurteilen und mit der Überzeichnung. Und Charlie Hebdo ist ein Beispiel. Das kann als erheiternd empfunden werden. Und die Attentäter haben das als zutiefst verletzend empfunden und sind dann auch zutiefst verletzend geworden. Und da sind wir dann auch wieder bei dem, dass ich denke, satirische Karikaturen zu machen, ist in meinen Augen sehr viel zivilisierter, als mit Maschinengewehren in eine Redaktion zu gehen. Hat das damit zu tun, weil in der Lachforschung ist ja auch festgestellt worden, dass zwei Drittel aller Lacher nicht unbedingt mit dem Witz oder der Pointe zu tun haben, sondern es ist ein gruppenspezifisches Reagieren. Also es ist so eine Art von Kommunikationseinverständnis, von sozialem Klebstoff. Welche Rolle spielt Lachen für den sozialen Zusammenhalt? Auch in dem Sinne, was wir gerade diskutiert haben. Es gibt eine Gruppe, die kann über diese Satire lachen. Eine andere findet das furchtbar und unmöglich. Welche Bedeutung hat Lachen für diese soziale Kommunikation? Ja, es gibt Leute, die sagen, Lachen hat sich entwickelt, als die Gesellschaften größer geworden sind und dass sich gegenseitig Berühren nicht mehr möglich gewesen ist. Also das wird dann verglichen mit dem Lausen bei Affen, was ja so ein Akt ist, in dem man quasi, der für sozialen Klebstoff sorgt. Und miteinander Lachen geht dann ja auch in größeren Mengen. Und ist ja auch ansteckend, wenn wir sehen das oder wenn wir hören, dass jemand lacht. Deshalb gibt es im Fernsehen manchmal dieses eingespielte Lachen, damit dann die Situationen in Comedys noch witziger rüberkommen. Also Lachen muss man auch wieder erst einmal trennen von Humor. Lachen kann Ausdruck von Humor sein, muss aber nicht. Man muss es trennen von Witz. Ein Witz kann zu Lachen führen, muss aber nicht. Und Lachen tun wir manchmal auch aus Verlegenheit. Oder es gibt das Auslachen, es gibt ein aggressives Lachen, es gibt ein verlegenes Lachen. Es gibt das Anlachen. Es gibt das Anlachen. In der Philosophiegeschichte, das finde ich auch interessant, hat Humor und Lachen eigentlich einen nicht sehr positiven Stellenwert. Lachen gilt als unvernünftig. Andere bezeichnen es als animalisch, verderblich. Nach dem Motto, ein ernsthafter Mensch lacht nicht. Und wer zu viel lacht, kann nicht besonders ernsthaft sein. Woher kommt diese Abwehrhaltung gegen dieses Phänomen des Humors und des Lachens? Das hat vielleicht was damit zu tun, dass eben Erwachsene weniger lachen. Und wenn ich mich als erwachsen und würdig darstellen möchte, dann passt das Lachen dazu vielleicht nicht so gut. Und beim Lachen ist ja auch der ganze Körper involviert oft. Wir kneifen die Augen zu, womöglich kommen uns sogar die Tränen vor Lachen. Es gibt Leute, die machen sich vor Lachen in die Hose. Also da passieren alle möglichen körperlichen Reaktionen, die jetzt so mit dem Bild einer erwachsenen, vernünftigen, würdevollen Person nicht ganz vereinbar sind. Ich erzähle Ihnen jetzt mal eine kleine Geschichte. Ein Rabbiner geht an einer Straße vorbei und sieht den Fleischer, den Metzgerladen. Und in der Auslage ist ein wunderschöner, saftiger Schinken. Der Rabbiner geht hin, geht her. Auf jeden Fall kommt er dann rein in den Metzgerladen und sagt, können Sie mir bitte den Fisch in der Auslage geben? Und der Metzger schaut den Rabbiner an und sagt, der Rabbiner, das ist Schweinefleisch. Darauf sagt der Rabbiner, habe ich Sie gefragt, wie der Fisch heißt. So, man lächelt, man lacht. Was passiert eigentlich während dieser Erzählung im Gehirn mit uns? Also, wenn ich das höre, werden natürlich erst mal Gebiete aktiviert, die was mit dem Hören und mit der Verarbeitung von Worten zu tun haben. Und dann gibt es auch Gebiete, die wichtig sind, wenn wir eine Hypothese ausstellen möchten, was der andere meint, was der andere denkt, was den antreibt. Und bei dem Witz sind diese Gebiete bestimmt ganz aktiv. Die sind hier links hinten und links vorne. Und da werden dann auch Vorhersagen, Erwartungen gemacht drüber, was jetzt passieren wird. Und dann kommt der Rabbiner aus der Nummer raus. Das ist ja hier die Frage. Jetzt sagt ihm der Metzger ins Gesicht Schweinefleisch. Und jetzt kommt diese unglaublich raffinierte Pointe, dass er sagt, habe ich Sie gefragt, wie der Fisch heißt. Und gleichzeitig wird aber doch damit etwas sehr Menschliches erzählt, glaube ich, nämlich, man kann ja auch mal alle Fünfe gerade sein lassen. Ist das auch die Aufgabe eines Witzes, dem Menschen zugeneigt, Dinge zu erzählen, wo er eigentlich sündigt oder gegen die Moral verstößt oder ähnliches? Also erst mal glaube ich, dass es so eine gewisse Erleichterung macht, wenn der Rabbi mit dieser schlauen Antwort da rauskommt. Und klar, in einem größeren Rahmen, ich finde, bei guten Witzen kommt dann eben so eine Freiheit ins Spiel. Die Freiheit auch mal fünf gerade sein zu lassen. Ist Lachen, ist Witz eher kognitiv oder emotional verarbeitet? Und da gehört beides dazu. Also man muss all diese Hypothesen und diese kognitiven Abläufe haben. Und dann werden die ganzen Hypothesen ja plötzlich zunichte gemacht. Dann kommt ja eine überraschende Antwort. Und dann kommt das Gefühl dazu. Humor ist eine Form, so finde ich, der Distanzierung auch von der Realität. Humor betrachtet die Welt und den Menschen aus einer Vogelperspektive und relativiert es auch immer wieder. Ist dieser Mechanismus des Humors eine Möglichkeit, Ängste, Depressionen, Sorgen zu überwinden? Ja, ja, ganz klar, das ist es. Und ich bin ja auch psychotherapeutisch aktiv. Und es ist mir auch ein Anliegen in meiner Therapie, das bei Patienten zu fördern, diese Flexibilität, diese Freiheit. Der Psychologe Viktor Frankl sagt nämlich dazu, jede Angst hat ihren Gegenspieler, nämlich den Humor. Hat er recht? Der ist ja ein gutes Beispiel dafür. Das ist ja ein Wiener Psychiater gewesen, der wegen seiner jüdischen Herkunft im KZ gewesen ist. Und der erzählt, in einem Buch, was er über die Zeit geschrieben hat, dass er mit einem Mitleidensgenossen ausgemacht hat, dass sie sich jeden Tag einen Witz erzählen. Und sagt, dass das etwas gewesen ist und auch, dass sich darüber erheitern etwas gewesen ist, was ihm eben die Nazis nicht nehmen konnten. Und dass das auch so ein Stück Menschenwürde gewesen ist, was man ihm nicht hat nehmen können. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau stellt schon 1772 fest, das Auslachen ist ein Merkmal einer Gemütsart, die nicht die beste ist. Es ist eine Bosheit damit verborgen. Kann der Witz auch sehr negative Emotionen ausdrücken? Aber da es der Witz ist, kann man sich davon auch entziehen, wenn man dann kritisiert wird? Ja, ja, das kann man. Genau. Da kann man dann sagen, ja, das war doch nur ein Witz. Das war doch überhaupt nicht böse gemeint. Und das kann natürlich auch ein Problem sein, dass man damit erst verletzt und sich dann quasi aus der Verantwortung dafür auch noch rausschleicht. Reden wir von noch einer Variante, nämlich Spott. Spott braucht immer ein Opfer zum Verhöhen, während der Verspottete weint, lacht der Witzeerzähler und seine Zuhörer. Warum tun Menschen das? Und Kinder tun das zum Beispiel auch sehr gerne und sehr oft. Was passiert da? Also, ich denke, dass Menschen immer, wenn sie auf andere Menschen treffen, ja irgendwo auch abschätzen, wo stehe ich denn im Verhältnis zu dem? Sind wir auf Augenhöhe oder sind wir nicht auf Augenhöhe? Und es fühlt sich nicht so gut an, unterlegen zu sein in den allermeisten Fällen. Und da kann Spott natürlich ein Mittel sein, erst mal sich über den anderen zu stellen. Ich muss jetzt im Bereich des Spottes nochmal zurückkommen, was wir schon angesprochen haben. Also, sehr erfolgsverwöhnt sind in der Tat nun mal Witze, wo Gruppen kollektiv verhöhnt verspottet werden. Also, wir hatten das ja schon, Blondinen-Polen-Witze. Was mich dabei aber doch nochmal interessiert, was passiert da tatsächlich, wenn man gruppenbezogene Witze macht? Was ist da der Mechanismus, um den es letztendlich geht? Ist es wirklich nur, dass Vorurteile noch einmal bestätigt werden, ohne dass man dir ins Gesicht sagen kann, du bist ein blöder Rassist? Ich finde, das hängt wirklich davon ab, wo und wem und wie das erzählt wird. Und da steckt ja viel drin, nicht? Wenn ich jetzt einem Außenseiter in der Gruppe einen Witz, der über seine Person gemacht wird, erzähle und die Gruppe um mich herum habe und wir alle dann darüber lachen, dann ist die Funktion natürlich ein noch weiteres Ausgrenzen. Das ist ganz aggressiv. Aber es gibt eine wissenschaftliche Betrachtungsweise, in der Witze danach eben kategorisiert werden. Sind sie aggressiv? Sind sie nicht aggressiv? Beziehen sie sich in der Stoßrichtung auf mich, auf andere? Und wie ist das mit Gesundheitsparametern verknüpft? Und da zeigt sich meistens, dass es gesünder ist, Witze zu machen, die nicht so aggressiv, sondern freundlicher sind. Und es gibt aber auch Ausnahmen. Und da wurden zum Beispiel ehemalige Gefangene der Vietcong, amerikanische Soldaten, die in Gefangenschaft geraten waren, befragt, wie das denn da mit Witzen gewesen ist. Und die haben gesagt, richtig gut hat getan, Witze über die Bewacher zu erzählen. Und das waren richtig aggressive Witze. Und die haben aber gut getan, weil sie sie natürlich nicht den Bewachern erzählt haben, ja, sonst hätten die wahrscheinlich schlimme Konsequenzen gehabt, sondern sie haben sie sich untereinander erzählt und haben dadurch den Gruppenzusammenhang gefördert. Und haben sich eben zumindest während des Erzählens und des Drüberlachens ein bisschen stärker gefühlt, weil sie Spott ausüben konnten. Kann es sein, dass der Witz das Mögliche ertastet und damit rechnet, dass man sagt, das entspricht nicht mehr dem guten Geschmack, dem schlechten Geschmack? Und ist Witz immer auch, wenn es ins Politische geht, eine Grenzerfahrung? Das kann natürlich eine wichtige Rolle spielen. Denken Sie an, ich weiß nicht, der arme Rudi Carell, der da eine Satire über Khomeini gemacht hat, wo dem die Anhängerinnen ihre BHs ins Gesicht geworfen haben und fast Opfer einer Fatwa geworden. oder Böhmermann mit Erdogan. Also da werden Grenzen auch ausgetestet. Gibt es irgendetwas, worüber man nicht lachen darf? Also ich habe sicher Gebiete, wo ich sage, darüber lache ich nicht. Nehmen wir den Anschlag in Halle, darüber kann man nicht lachen. Nachdem 9-11 passiert ist, kurz vor 9-11 war ich als Studentin und Dozentin bei einer Summer School of Humor and Laughter Research in Belfast. Und wir haben dann danach noch eine Chatgruppe gehabt und dann war 9-11. Und dann tauchte in der Chatgruppe die Frage auf, wird es da drüber Witze geben? Und wann, wie lange wird es dauern, bis da der erste Witz über 9-11 auftaucht? Und als Antwort kam ein Cartoon, der in der französischen Zeitung erschienen ist, der einen Belgier zeigte, der als Drachenflieger in ein dreistöckiges Haus knallte. Und der Witz war für die Franzosen, dass das eben ein Belgier war, der das Ganze ein bisschen falsch verstanden hatte. Seitdem denke ich, ich bin vorsichtig, wenn ich sage, es gibt Situationen, über die kann niemand lachen. Aber ich denke, für mich gibt es sicher Gegebenheiten, über die ich nicht lachen möchte. Einer der großen Tabus, das hat ja auch was mit Tabu zu tun. Also die frommen Menschen werden Ihnen sagen, ich erwarte diesen Respekt. Witze, gerade Witze in der Sexualität, haben viel mit Tabu-Entlastung zu tun. Aber nach wie vor ist ja einer der größten Tabus der Tod und der offene Umgang mit ihm. Gibt es deswegen Witze wie, Mama, darf ich mit Oma spielen? Nein, der sagt, bleib zu. Hilft das, Tabus zu überwinden? Ja, es hilft, Tabus zu überwinden oder Tabus eben auch wieder so ein bisschen anzukratzen. Es gibt ja ein Tabu bei Kindern oder wir tabuisieren das mit in der Erziehung, Kot und Urin. Und ich habe selbst zwei Kinder und ich kenne eigentlich kein Kind, das nicht diesen Witz kennt. Treffen sich zwei Unterhosen, sagt die eine zu anderen, warst du im Urlaub? Nein, warum fragst du? Du bist so braun. Warum hilft das? Warum kann man darüber lachen? Weil das andere so peinlich ist, wenn es dem Kind tatsächlich mit dieser Unterhose passiert? Entlastet das? Hilft das? Macht es das menschlicher? Also es kann entlasten. Ich glaube aber, Kinder, die das erzählen, fühlen sich vielleicht auch ein bisschen stärker, schlauer, cooler, wenn sie sowas erzählen. Wenn sie in die Richtung was erzählen. Das hat doch was mit Coolness zu tun. Emile Sola sagt, Lachen ist eine Macht, vor der die Größten dieser Welt sich beugen müssen. Stimmt er? Oder die sie zumindest fürchten. Nicht umsonst ist die Witzkultur in Diktaturen ja oft eine sehr, sehr ausgeprägte. Das unterdrückte Volk lacht über die Macht, die Macht lacht aber über das Volk. Stimmt dann der Satz, wer zuletzt lacht, lacht am besten? Ja. Also es gibt die Geschichte von Willy Brandt und Honecker. Brandt hat ja politische Witze gesammelt. Der mochte das. Und er erzählt Honecker davon, von seiner Sammlung politischer Witze und fragt, ob er auch sowas hat. Und Honecker sagt, nee, ich sammle die Witzerzähler ein. Und wer dann wirklich am Ende am besten lacht, das zeigt dann die Geschichte. Bei Diktaturen kommen sie dafür sogar ins Gefängnis oder werden getötet. Ja, eben. Andererseits leben wir beide in einer Zeit, wo Spaß und Comedy extrem nach vorne kommt. Ist das ein gutes Zeichen? Ich finde, ja. Ich finde, wegen der damit verbundenen Freiheit und der vermehrten Betrachtungsmöglichkeiten, ja. Wir hatten einiges zum Lachen, aber ich finde, es ist ein sehr ernsthaftes Lachen auch dabei. Barbara Wild, herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.